Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir spielen ein Spiel, auf das ich schon sehr, sehr gespannt bin. Das war ein Kickstarter-Spiel. Ich glaube es war Kickstarter, zumindest war es ein Ground Found. Und zwar eine Mischung aus Rollenspiel, Sammelkartenspiel und Hackenslay. Eine sehr, sehr krasse Mischung meiner Meinung nach. Aber ich glaube, das müsste auch ziemlich gut sein. Also ich habe auch Gutes über das Spiel gehört gehabt. Selber gespielt habe ich jetzt noch nicht so richtig. Ich habe mal das erste Level durchgemacht gehabt, ist aber schon etwas länger her. Und dann habe ich es zurückgelegt, weil ich mir dachte, das könnte ich vielleicht mal als Let's Play bringen. So, ähm, dann würde ich auch sagen, wir statten das Spiel doch gleich mal. Ah, ein weiteres für den Spiel. Komm, sitz. Okay, so viel zu dem Intro. Das Spiel ist übrigens auch auf Deutsch, hat man ja gesehen gehabt. Allerdings die Sprachausgabe ist Englisch. Und da gab es leider keine Untertitel dafür, aber ich denke, man hat es ganz gut verstanden gehabt. So. Das Spiel beginnt. Einer lebt und einer sterbt. Lass uns sehen, was du von gemacht hast. Also zwölf von diesen Bößen müssen, äh, müssen wir einmal besiegen, bevor wir ihn, äh, herausfordern können. Das ist der Staubbube. Der Anführer der Räuber ist stärker und schneller als die meisten Räuber, die dir begegnen. Er kann in Rage geraten und so mächtige und unblockbare Angriffe ausführen. Außerdem stachelt er sein Gefolge dazu auf, bei jedem Treffer Gold zu stehlen. In den Ruinen eines uralten Tempels zwischen sich ewig wandelnden Sanddünen lebt der mysteriöse Anführer der Wüstenräuber. Er ist berüchtigt für seinen Terrorregime über Gewürzkarawanen, die es wagen, durch sein Reich zu reisen. Er herrscht als ein König über die böden Lande. Das ist sozusagen unser erster Hauptgegner. So, dann misch mal die Karten. Lass die Karten fallen, wo sie sie können. Wir beginnen. So, ähm, ja, ich glaube am Anfang ist es jetzt noch ein bisschen Tutorial-mäßig. Ich glaube später im Spiel kann man seine Karten, sein Deck auch selber noch machen. Aber da, das weiß ich nicht so genau. So weit bin ich nie gekommen. Da haben wir auf jeden Fall Gesundheit. Das ist klar, wie in jedem Rollenspiel. Ration ist, äh, unser Essen. Wenn wir uns, äh, auf dem Spielplan bewegen, kostet es immer eine Ration. Das heißt, unser Essen, äh, ist auch quasi unsere Anzeige, wie viel wir uns bewegen können. Äh, und Gold ist, denke ich, klar. Außerdem haben wir... Ich kann hier immer eure Karten reviewen. Außerdem haben wir hier auch ein, äh... Ein Inventar. Wir haben diese Karte auch rüstet. Das sieht man auch, was ich gemeint habe mit Sammelkartenspiel. Die ganzen Waffen und Rüstungen und so weiter sind nämlich Karten. Okay, man hat ja noch schon gesehen, dass es ziemlich um Karten geht. Wir benutzen eine rostige Axt, die 20 Schaden macht. Mit linker Maustaste während des Kampfes drücken, um anzugreifen. Da kommt das dann aus dem Hack-and-Slay raus. Rüstung. Wir haben auch eine leichte Rüstung. Verteidigung leicht. Während des Kampfes bietet leichte Rüstung einigen Schutz, ohne deine Geschwindigkeit einzuschränken. Da haben wir nichts. Helmer haben wir nichts. Schilder haben wir nichts. Artefakte, Schmuck und Handschuhe haben wir alles nichts. Verbesserung, was ist das hier? Hier ist alles, was ihr gewinnt habt. Ah ja, okay. Wir haben keine Verbesserung. Der Abenteurer hat keine besonderen Verbesserungen oder Regeländerungen. Alles klar. Da können wir wahrscheinlich auch unseren Held irgendwann mal ändern, wie es aussieht. Okay. So. Unser Spielplan ist das hier. Das ist auch unsere Figur, auf der wir hier sind. Und das heißt, es wähle deine nächste Karte. Das heißt, ich kann immer an die angrenzenden Karten gehen. Das heißt, hier, hier oder hier. Da liegen natürlich keine. Das heißt, ich kann nur hierher gehen. Von daher wählen wir diese Karte aus und gehen dahin. Herr Leo. Okay. Habt ihr gesehen? Es ging einmal runter. Rationen haben wir jetzt 19, weil wir uns einmal bewegt haben. Und wir sind auf diese Karte gegangen. Und die wurde dadurch aufgedeckt. Und wir haben den Herr Leo gezogen. Während du dir in einem Wärtshaus das Abendessen schmecken lässt, setzt sich ein seltsamer alter Mann zu dir an den Tisch. Er tippt dir grob mit seinem Holzstück auf die Schulter, um deine Aufmerksamkeit zu erlangen. Du siehst ihn an und erkennst, dass es ein Kobold ist, der Noah unzulänglich als Mensch verkleidet ist. Sein schrumpeliges Gesicht grünzt dich an und seinen Augen blitzt Wahnsinn auf. Ich bin Herr Leo. Wenn du mir gibst, was ich will, werde ich dir mit meinem selbst angefertigten Zauberstab deinen Herzenswunsch erfüllen, mein Junge. Ein paar Augenblicke lang gackert er haltlos. Dann wartet er geduldig auf deine Antwort. Das ist sozusagen der Rollenspiel-Part. Wir können ihm etwas Brot von deinem Teller geben. Wir können ihm 20 Gold geben, die wir nicht haben. Wir können ihn fragen, was er braucht oder ignorieren. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, hier war das Brot nicht so schlecht. Wir geben ihm Brot. Er besieht sich das Brot Aufmerksamkeit, dann steckt er es scheinbar zufrieden, vorsichtig in seine Manteltasche. Dann klopft er mit seinem Stock auf den Boden und ein Schild materialisiert sich zu deinen Füßen. Bitte sehr, altes Haus. Ich verziehe den Mund zu einem Lächeln, das all seine gelblichen Zahnstümmel offenbart. Du erinnerst mich an meinen Sohn. Wir sind uns doch noch nicht begegnet, oder? Siehe eine Schildkater. So. Hier konnten wir jetzt, das ist unser Deck, da konnten wir jetzt eine Schildkarte ziehen. Gut, ähm, hat ein Schild dieses Attribut, das hier glaube ich, kann der Held Geschosse abwehren und auf den Angreifer zurückwerfen. Das ist nicht schlecht. Hier ist ein perfektes Timing für Nöte. Das sind so diese Kombosachen immer im rechten Augenblick zu drücken, und zwar anscheinend Q. Drücke Q-Taste, um Geschosse abzuwehren. Achte auf das grüne Symbol, genau. Wenn grüne Symbole über den Kopf des Helden erscheinen, kann ich Q drücken, und dann werte er Geschosse ab. Und wir können auch kontern. Hat eine Waffe dieses Attribut? Mhm. Kann der Held die Angriffe der Gegner kontern? Achte auf den grünen Angriffssymbole über den Gegner und drücke den zum Kontern. Q-Taste also genau selbe wie grünen Angriffssymbole. Über Gegner allerdings. So, Schilde bieten passive Schadenreduzierung. Drücke Q, um Geschosse abzuwehren. Abwehren und Konter hat es teil. Du kannst jetzt reflektieren, dass du den Angriffssymbole über den Angriffssymbole verwendet hast. Die Angriffssymbole benutzen, wenn du den Angriffssymbole über den Angriffssymbole verwendet hast. Ähm, geh mal dahin. Die gewundene Schlucht. Du, die glintende Wege, die Angriffssymbole, die Angriffssymbole, die Angriffssymbole, die Angriffssymbole, das ist wirklich nichts wie es. Versuch uns mal nach oben, äh, nach unten zu klettern. Schöne von diesen Optionen. Okay, wenn wir Pech haben, ist es ein Misserfolg, aber die Wahrscheinlichkeit ist ganz gut, dass es ein Erfolg ist. Yay. Mit größter Vorsicht machst du dich auf den Weg zum Grund der Schlucht. Du holst dir die Waffe von uralten Leichnamen. Zieh eine Waffenkarte. Wir dürfen eine Waffenkarte ziehen. Wir bekommen ein Schwert. Drücke linke Maustaste, um Feinden einen Schlag zu versetzen. So, ähm, wir haben die rostige Axt. Das Schwert haben wir jetzt bekommen. Und wir wollen natürlich das Schwert ausrüsten, ist ja klar. Ein Moment, um sie zu schützen. Das wird dich viel mehr effektiv machen. Ja, das ist schon ein bisschen, auf jeden Fall. Okay, jetzt haben wir nur noch die Möglichkeit, entweder wieder zurückzugehen oder hierher zu gehen. Zurückzugehen ist sinnlos, also geh mal hierher. So, das sind die Treppen. Das heißt, hier geht's in ein weiteres Level nach unten. Aber ich kehre jetzt erstmal um. Du wendest dich von den Treppen ab und erkundigst die Gegend weiter, weil ich will mir noch die letzte Karte noch anschauen hier, was es hier gibt. Die Maid. Na ja, so toll sieht es dir jetzt nicht aus, aber ja gut. Ähm, eines Tages begegnest du einen schattigen, äh, in einem schattigen Wald einer Elfenmaid. Sie hält an, um dich zu begrüßen. Ich bin Mereth, Tochter des Waldvolkes. Mein Volk hilft schon lange den Sterblichen dieses Reiches. Nach welcher Gabe verlangt das dir? Längeres Leben. Das ist wahrscheinlich HP. Wieder hochbringen, schätze ich mal. Vorräter, Rationen hochbringen oder um Gold. Äh, ich würde sagen, wir fragen mal um Vorräter. Von diesem Brot kannst du viele Tage lang zehren. Der Geber zieht dir zwei, äh, Rationen Gewinnkarten. Okay, wir bekommen also zwei Rationenkarten. Das heißt, fünf Rationen. Und drei Rationen. Ja, gar nicht mal schlecht. Das hat sich doch gelohnt, diesen kleinen Dings zu machen. Die mächtigsten aller magischen Artefakte wurden vor langer Zeit geschmiedet und können da begrenzt oft benutzt werden, bevor ihre Macht erlischt. Verwende sie mit Bedacht und sie können dich zum Sieg führen. Lebe wohlsterblicher. Okay. Gut. Dann können wir eigentlich nur noch hier wieder hingehen und die Treppen nach unten gehen. Halt runter, wenn du da bist. Naja, wir haben ja keine andere Wahl. Das heißt, dieses Deck hier ist fertig, dieses, äh, Dings. Wir nehmen die Treppen nach unten. Du lässt dich auf den nächsten Teil deines Abenteuers ein. Du bist auf dem letzten Teil unserer simplen Karte. Dein Gegner wartet hier für dich. Okay. Okay. Wenn du mich verletzt hast. Well, es ist früh, zu sprechen über Werte und Werte. Lass uns sehen, was du von gemacht hast. Ja, alles klar. Äh, das ist jetzt relativ klar, wie wir hier weitergehen. Ich würde sagen, einfach mal hier lang. Ein gewundener Fad. Halt nicht fair, ist es? Äh. Okay, wir bekommen jetzt, seit, äh, ich glaube, drei Gegner waren das. Bin aber jetzt nicht mehr hundertprozentig sicher. Und das heißt, äh, Staub, also der Gegner-Typ. Jetzt können wir, ähm, die angreifen. Greife das falsche Gesindel an, dass es wagt, dich zu bedrohen oder in all unser Gold geben. Ich würde natürlich den Kampf mal aussuchen. Ähm, das Gold brauchen wir wahrscheinlich selber noch. Du stößt deinen Kampfschrei aus und erhebst deine Waffe. Dann schauen wir mal, wie dieser Kampf funktioniert. So. Gut, jetzt haben wir, bewegen und wir ja stay, ist klar, betäuben. Äh, linke Maustaste ist angreifen, Spass abrollen und Q ist Konter. Und jetzt sieht man ja auch schon. Ich würde sagen, das ist doch perfekt gelaufen. Ja, und so sehen die Kämpfe aus. Tut euch die Leichen nach Beute. Äh, der Geber zieht ihr drei Gewinnkarten. Wir bekommen Gewinnkarten. Vielleicht ist da was Gescheites dabei. Waffenkammer ziehe, eine Ausrüstung. Wer bekommt eine Axt? Eine Beute, aber trotzdem effektiv. Nicht schlecht. Äh, die rüsten wir doch gleich aus. Wir bekommen nochmal fünf Vorräte. Und auch noch Gold. Ja, gar nicht mal so schlecht. Ja, jetzt sehen wir mal, wie diese Kämpfe funktioniert haben. Dann gehen wir mal hierher. Wir bekommen einen Laden. In einem schattigen Hain, abseits der bekannten Fahrt, entdeckst du einen reisenden Händler, der mit einem wandernden Abenteurer Handel treiben möchte. Gemischtwarenlärten bieten eine breite Palette an Gegenständen und Heilungen, doch sie sind etwas teurer als gewöhnlich. Gehen wir mal zu den Laden. Sei gegrüßt, weiser Reisender. Wir haben dir viel zu bieten. Ja, dann schauen wir doch mal da rein. Wenn du fragst, warum du all diese Gold erzeugt hast, hast du jetzt deine Antwort. Wir beginnen jetzt, um zu dem Schatten des Spiels zu kommen. Die zurück und zurück zwischen Ressourcen und Rewards. Ja, gut. Dann, äh, verkaufen wir erstmal ein paar Gegenstände. Der Schwert würde ich vielleicht ganz mal behalten, diese rostige... Nee. Nee, die verkaufen wir nicht. Achso, ich kann hier einfach so rummachen. Ach, unsere rostige Axt kann ich gar nicht verkaufen. Die haben wir ja eigentlich ausgerüstet. Das Schild behalten wir auch, dann verkaufen wir dieses Schwert. Weil das brauchen wir ja dann nicht mehr. So, die zwei hier wollte ich aber behalten. Wunden heilen brauchen wir nicht. Rationen könnten wir kaufen, aber da haben wir, glaube ich, eigentlich auch noch genug. Dann schauen wir doch mal, was der zu bieten hat. Ein Schild, ein Helm des Entdeckers, offenbart die Treppe beim Betrieben eines Levels und gewährt einen Goldbonus für das Aufdecken jeder Begegnung in einem Level. Das hört sich nicht schlecht an. Könnten wir uns sogar leisten. Außerdem verkauft er eine heilende Haube. Alle Heilungen, die der Spieler erhält, werden verdoppelt. Auch nicht schlecht. Und nochmal ein Schwert. Das ist wahrscheinlich das, was wir eben gerade verkauft haben. Ich würde sagen, wir kaufen uns den Helm. Der hört sich nämlich echt gut an. Ja, kaufen. Ich bin zu late zur Navigation, aber noch nicht. So, und das war's. Mehr Geld haben wir ja eh nicht. Rationen, nee, ich glaube, das brauchen wir nicht. Aber wir können mal schauen, was kostet denn das? Eine Ration kostet vier. Und zehn Rationen, 30. Ja, gut. Aber nee, das brauchen wir jetzt nicht. Das heißt, wir verlassen das Ganze. Ja. Und wir sind wieder auf unserer Karte. Und wollen den Helm doch gleich ausrüsten. Ach, er hat ihn auch gleich schon ausgerüstet. Das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Und damit würde ich auch mal diese Folge beenden. Dann sag ich mal, ich hoffe, es hat euch gefallen, die erste Folge. Ich hoffe, das Spiel interessiert euch. Also, ich bin sehr, sehr gespannt, wie das da weitergeht. Ich finde die Mischung relativ cool. Und, ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut und bis zur nächsten Folge. Ciao. 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 Vielen Dank.